Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Berliner AfD-Fraktion mit Georg Pasterski. Es war wieder eine aufregende Woche in der Berliner Landespolitik. Viele Themen wurden auch hoch und runter diskutiert, aber wieder einmal kann man in der Bilanz sagen, Rot-Rot-Grün reißt nichts. Das gilt allen voran für die Bildungspolitik in der Stadt. Zwar hat man Anfang der Woche einen Notfallplan für die Schulen auf den Weg gebracht, wenn man festgestellt hat, wir haben viel zu wenig Lehrer, aber nutzt das jetzt noch was? Zunächst muss man einmal sagen, dass natürlich schon seit Jahren bekannt ist, wie sich die Schülerzahlen entwickeln würden. Wir haben natürlich auch diese Besonderheit, dass zumindest mehr Migrantenkinder gekommen sind, aber auch das hätte man ja planen können. Aber es zeigt einmal mehr, wie kurzfristig hier der Berliner Senat plant und vor allen Dingen auch, wie kurzfristig die Bildungssenatorin plant. Und das zeigt eigentlich, wie schlecht und wie unausgereift eigentlich die komplette Organisation im Bildungswesen ist. Berlin hat Besseres verdient und hier muss sich etwas ändern. Und deshalb wird die AfD auch ein Bildungskonzept entwerfen, um das zu ändern. Weniger kurzfristig, sondern mehr ideologisch motiviert ist der Versuch, auf Berlins Hauptstraßen mit Tempo 30 für angeblich bessere Luft zu sorgen. So hat es die Koalition vorgegeben. Jetzt sind diese Woche die ersten Zahlen von diesen Experimenten veröffentlicht worden. Und das Ergebnis, wir haben es schon lange vorher gesagt, steht fest, es hat sich nämlich fast gar nichts geändert. Wie ist das einzuordnen? Unser Verkehrsexperte hat schon sehr früh davor gewarnt und hat gesagt, nein, es wird sich nichts ändern. Aus zwei Gründen. Erstens mal muss man natürlich bei Tempo 30 in niedrigen Gängen fahren und damit ist der Schadstoffausstoß eindeutig höher. Oder man sucht sich irgendwelche Schleichwege und damit wird die Belastung auf andere Bereiche ausgedehnt. Es zeigt aber einmal mehr, dass dieser Senat hier überhaupt nicht daran interessiert ist, etwas für den Verkehr, für die Bevölkerung zu tun, sondern es ist eine reine Ideologiepolitik. Hier geht es darum, dem Autofahrer wieder das Leben schwerer zu machen, erneut das Leben schwerer zu machen. Das wird auch mit uns nicht gelingen. Auch hier sind wir bereits dabei, ein Verkehrskonzept zu entwickeln, das wir auch vorstellen werden in absehbarer Zeit. Verkehr gibt es nicht nur auf den Straßen, sondern auch an der Luft. Die Diskussion um den Flughafen Tegel geht seit vielen Monaten und Jahren, wird sehr emotional und sehr intensiv geführt. Die Berliner haben ganz klar in einem Volksentscheid gesagt, wir möchten unseren alten Flughafen Tegel behalten. Die Verkehrsexperten sagen fast unisono, wir brauchen diesen Flughafen auch, weil der BER, so er denn irgendwann mal fertig wird, überhaupt gar nicht ausreichen wird. Dennoch sagt der rote-rot-grüne Selat, interessiert uns nicht, wir überstimmen die Berliner. Und das hat man am Donnerstag im Abgeordnetenhaus gemacht, in dem festgelegt wurde, Tegel wird nun doch geschlossen. Ist das das letzte Wort? Sicherlich nicht. Es ist vor allen Dingen erstmal ein Affront gegenüber den Berliner. Die Berliner haben sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass Tegel offen bleiben soll. Der Senat ignoriert das und das, obwohl in den Koalitionsvereinbarungen steht, dass man Volksabstimmungen, Volksentscheide fördern will. Es zeigt also, hier ist eine deutliche Diskrepanz zwischen Ankündigung und Ausführung. Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen. Wir werden weiterhin dieses Thema ansprechen und wir überlegen uns natürlich auch, ob wir möglicherweise auch, ich sage mal, eine Klage einreichen gegen das. Denn wir glauben, dass Berlin ohne einen zweiten Flughafen, auch wenn BER eröffnet hat, nicht funktionieren kann. Wir sind eine Hauptstadt, wir sind eine der größten Städte in Europa. Wir müssen auch in die Zukunft denken und Zukunft bedeutet, dass wir steigende Passagierzahlen im Flugverkehr haben und dem müssen wir gerecht werden. Und da wollen wir auch eine Planung haben. Deshalb hat beispielsweise auch die AfD gefordert, dass wir einen Sonderausschuss einsetzen, um einfach diese gesamte Lage einmal zu evaluieren und dann mit einem klaren Konzept rauszugehen und zu sagen, wie kann sich das in der Zukunft gestalten. Vielen Dank, Georg Pasterski, der Fraktionschef der Berliner AfD, im Wochenrückblick. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dieses Video kommentieren, wenn Sie es weiterleiten, wenn Sie es teilen. Und außerdem können Sie uns selbstverständlich weiterhin 24-7 besuchen und unsere Arbeit verfolgen auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter.